Es bereitet sich vor, in der Gewichtslasse plus 55 Kilogramm über 10 Pfeilen. Vorbereiten Philipp. Und jetzt rauf, jetzt im Boden arbeiten. Der Übergang muss schneller gehen Philipp. Ja, ich komme nach dem Lauf. Den Sie hören, im Leben. Vielen Dank. Es ist da mit dem Lauf. Ich habe hier mit dem Lauf. Horst ich bin der Lauf. Kommala, wir sind da mit dem Lauf. Wenn ihr die Lauf. Wann nicht in der Lauf. Baby, nein. Seht ihr denn da mal? Auf Kante 2, er kämpft jetzt mit 46 kg, Bosch gegen Kunge, 2 zuvor in der Gewichtsklasse Auf geht's! Philipp! Ja Philipp, Bewegung, genau! Ja, die Bewegung ist gut, genau richtig, Philipp, komm! Ja! Eng, 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 eng! Philipp, genau richtig, die Bewegung ist wichtig und dann oben ist der Kampf! Es kämpft jetzt auf die 4, Andra Wiesmann gegen David Bergmann, es bereich zum Sport für Dias Zimmer in die Höhe. Genau, genau, genau! Thomas Rübert gewinnt kampflos. Er kämpft jetzt auf Macht 1 in der Gewichtsklasse plus 55 kg, Feier gegen 30 kg, Dibing gegen BG. Sie brauchen schon lange Hähne! Hey! Nègle! Und arbeite, Fim, arbeite. Rimi. Fim, arbeite. Fim, arbeite.